Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf die Airman selbstreinigende Katzentoilette. Ein Produkt, das verspricht, den Alltag von Katzenbesitzern erheblich zu erleichtern. Diese innovative Katzentoilette kombiniert modernste Technologie mit einem benutzerfreundlichen Design. Für viele Katzenliebhaber ist die tägliche Reinigung des Katzenklos eine lästige Pflicht. Mit der Airman-Toilette könnte sich dies jedoch ändern, denn sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, die sowohl Komfort als auch Effizienz steigern. Ein zentrales Merkmal der Airman-Katzentoilette ist ihr automatisches Reinigungssystem. Sobald ihre Katze die Toilette verlässt, aktiviert ein intelligenter Sensor den Reinigungszyklus. Ein innovatives Kurzammelsystem trennt die Abfälle von der sauberen Streu und befördert sie in einen geschlossenen Behälter. Dies sorgt nicht nur für eine hygienische Umgebung, sondern minimiert auch unangenehme Gerüche in ihrem Zuhause. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 65 Litern ist diese Toilette ideal für Haushalte mit mehreren Katzen und bietet ausreichend Platz für alle. Die Benutzerfreundlichkeit wird durch die integrierte App weiter verbessert. Über die App können Besitzer den Reinigungsstatus überwachen und individuelle Einstellungen vornehmen. So lässt sich beispielsweise festlegen, wann die Reinigung stattfinden soll. Perfekt für vielbeschäftigte Tierhalter. Zudem ermöglicht die App eine Gesundheitsüberwachung ihrer Katze, indem sie Daten über Toilettennutzung und Gewicht sammelt. Diese Informationen sind besonders wertvoll, um gesundheitliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Armand selbstreinigende Katzentoilette eine wertvolle Investition für jeden Katzenbesitzer darstellt. Mit ihren fortschrittlichen Funktionen zur automatischen Reinigung und der benutzerfreundlichen App bietet sie nicht nur Komfort, sondern auch Sicherheit für ihre Katze. Wenn sie auf der Suche nach einer praktischen Lösung sind, um den Alltag mit ihrer Katze zu erleichtern und gleichzeitig eine saubere Umgebung zu gewährleisten, könnte diese Katzentoilette genau das Richtige für sie sein.